Herzlich willkommen bei der Klopfteamist, dein Podcast für Klopfakupressur und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge zeige ich dir eine Möglichkeit, die Klopfakupressur zur positiven Verstärkung einzusetzen. Du kannst dein ganzes Schwingungsfeld mithilfe der Klopfakupressur erhöhen, harmonisierst dabei Körper, Geist und Seele und erlebst dabei auch noch deutlich mehr Harmonie und Kraft. Hört sich gut an, oder? Und wenn ich dir jetzt noch verrate, dass du das jeden Morgen und Abend im Sinne einer Seelenhygiene machen kannst, kaum vorstellbar, wie viel leichter es für dich laufen könnte, oder? Doch, so ist es. Du darfst die Klopfakupressur nicht nur dann anwenden, wenn dich Gefühle und Emotionen einengen, sondern auch dann, wenn du mehr Kraft, mehr Energie, mehr Leichtigkeit und Erfolg in dein Leben einladen möchtest. Und das hört sich doch auch immer noch richtig gut an. Also lass es uns ausprobieren. Ich halte diese Episode bewusst kurz, damit es dir so leicht wie möglich ist, sie in deine Morgenroutine einzubauen, zum Beispiel direkt nach dem Aufwachen, noch im Bett, im Badezimmer, vor dem Frühstück, nach dem Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit und und und. Am günstigsten ist es, dich und dein Unterbewusstsein so früh wie möglich, nachdem du wach geworden bist, mit guten, stärkenden Informationen zu versorgen. Je weiter dein Tag voranschreitet, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es vergisst oder nur mit halber Kraft dabei bist. Wäre doch schade. Also, lass uns anfangen. Und nur für den Fall, dass du zum ersten Mal diesen Podcast hörst, in Folge 1 habe ich alle Klopfpunkte erläutert und dort findest du jetzt auch ein Skript zum Runterladen, mit dem du jederzeit allein arbeiten kannst. Eine Klopf-die-Misten-Folge mit der hier zu passenden Abendroutine findest du natürlich auch in der Übersicht der diversen Episoden des Klopf-die-Misten. Jetzt geht's los. Wir starten mit dem Punkt auf der Brust. Ich liebe mich ganz so, wie ich bin. Danke, dass ich einen neuen Tag erleben darf. Ich verbinde mich jetzt mit meinem Herzen, mit Mutter Erde und meinem Höchsten Selbst und danke für eine gute Führung an diesem Tag. Ich bin Licht, ich bin Liebe in jeder einzelnen Körperzelle. Auf dem Schädel. Danke für die gute Führung am heutigen Tag. An den Augenbrauen. Danke, dass ich voller Vertrauen diesen Tag erlebe. An den Seiten der Augen. Danke, dass ich gelassen meine Aufgaben heute bewältige. Unter den Augen. Danke, dass ich auch bei schwierigen Dingen gut durch mein Herz geführt werde und sie besser schaffe und sie besser schaffe, als ich annahm. Unter der Nase. Ich segne den Erfolg und die Leichtigkeit in all meinen Aufgaben. Am Kinn. Ich bin Licht und Liebe in jeder einzelnen Körperzelle. Am Herzen. Ich erlaube mir heute die Fülle, die Leichtigkeit und den Erfolg in allen meinen Aufgaben. Unter den Achseln. Danke, dass ich meine Gaben und Einmaligkeit heute zum Strahlen bringen darf. Danke, dass ich heute die beste Version von mir selber bin. An der Handkante. Ich nehme meinen Platz im höheren Ordnungssystem jetzt voll und ganz ein. Ich bin Licht und Liebe in jeder einzelnen Körperzelle. An der anderen Handkante. Ich erlaube mir die Leichtigkeit, die Fülle und den Erfolg in all meinen Aufgaben. Ich segne alle Widerstände, die mir heute begegnen, denn sie stärken mich. Ich bin okay, ich bin willkommen, ich bin heute sicher, beschützt und behütet und ich freue mich jetzt auf diesen Tag. Yippie, das war deine Morgenroutine und du hast es geschafft. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Atme nochmal zwei, dreimal tief ein und aus. Stell dir vor, dass dieses warme, sonnige, weiche, goldene Licht jetzt in deine Körperzellen fließt, dich stärkt von innen, dich prall und schön und golden sein lässt. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe für dich. Namaste. Deine Tina. PS. Es kann sein, dass sich an manchen Morgen Widerstände einschleichen, die dich von deiner Routine abhalten wollen. Dein Körper kann reagieren und du hast das Gefühl, das bringt dir überhaupt nichts. Vertraue. Es wirkt und diese Reaktionen zeigen dir ganz genau die Bewegung in deinem Energiefeld an. Neues, kraftvolles kommt rein und alte Widerstände dürfen gehen. Und als klopft die Mist, weißt du, klopfen hilft. Klopfe also einfach kurz auf dem Herzpunkt die Widerstände und atme danach durch. Das ist es. Beispiel, du hast deine Routine abgeschlossen und dein Herz rast, deine Beine kribbeln, weil du weißt, heute steht ein schwieriges Gespräch auf dem Plan. Dann benenne das einfach so. Klopfe auf der Brust und sprich laut aus. Ich nehme mein rasendes Herz und die weichen Beine jetzt an. Es ist alles okay. Sie dürfen da sein. Ich bin Licht und Liebe in jeder Körperzelle, auch wenn mein Herz rast, die Beine weich sind. Ich bin okay. Dann atmest du tief ein, tief aus, schaust, wie es dir geht, lässt nochmal das warme, goldene Licht in deine Körperzellen fließen und gehst dann in deinen Tag hinein. Lass es dir gut gehen. Deine Tina Lass es dir gut gehen. 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 Los Bible Warnings